Trotzdem in meinem Haus, woher? Hast du gesagt in der Ecke? Ey, aber, ähm, Pet, lass zu unserem Haus gehen. Nein, bitte in unserer Ecke bleiben, das ist mir jetzt hier ein bisschen sicher. Vielen Dank, Kevin. Äh, ich hab jetzt drei Diamantschwerter. Ja, scheiß drauf, ich hab auch drei. Und ein Steinschwert. Ich hoffe mal, der meint mich jetzt. Ey, da hinten ist einer, da hinten ist Table Tennis. Da hinten ist Table Tennis. Pet, komm her. Ja, Junge, da, da. Da, 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 ich hab grad Lex, Alter. Da, da war doch, da ist grad Table Tennis, da, da, der kennt da, hinter der Lava. Er redet weg. Okay, okay, komm, lass den Jagen, wir haben jetzt wirklich eine gute Chance. Ich hab Lava ein. Da hinten, folg mir einfach. Aber ich hätte so was man tun. Boah, Mann, warum gehen die Frames grad derbe Runde, Alter. Der steht im Baum, der versteckt sich da. Wo? Die verstecken sich da. Ey, das ist doch scheiß, wenn er uns das sagt, oder? Er kommt zu mir, ja, und? Es ist ein Team, hallo? Ja, stimmt. Sagen Sie ihm ganz bestimmt auch. Ja, da seid ihr, ich hab euch im Blick. Wo ist, wo ist der? Der ist gerade weggerannt. Der ist unter den Bäumen verschwunden. Der weiß ganz genau, dass wir gut sind. Wir haben alle perfekte Sachen. Äh, kannst du einfach mal den Enchanting Table hier platzieren, weil ich will nur mal... Ich will noch Schuhe. Ja. Äh, kannst du das aber machen, bitte? Oder hat einer von euch noch Diamanten? Nope. Äh, nein. Ich hab ein Buch mit Knockback. Egal, dann platzier einfach mal kurz Enchanting Table. Ich... Nehmen wir ganz kurz hier, so. Das holen wir noch, Leute, das holen wir noch. Wie viel leben wir überhaupt noch? Protection 1, ganz nice, so. Äh. Ich brauch noch... Okay, kannst du wieder abbauen. Oh, Leck. So, warte. Fuck. Ich glaub, ich brauch noch... Warte, ich kann... Das ist ein Huhn, das ist ein Huhn, das ist ein Huhn. Das hol ich mir. Okay, dann lass uns einmal kurz hier. Ja, ich brauch die XP mal kurz, weil... Oh, da ist noch Kohle. Geil. Ja, scheiß auf Kohle. Nein, manche, ich brauch die XP, dann kann ich meine Schuhe noch entdecken. Achso. Okay, ich hab das Essen mal genommen, ne? Ey, ist da jemand an, ne? Komm hoch, Ampel. Da unten sind welche. Ampel, komm, Ampel, komm. Ja, warte, ich... Ja, da unten sind wirklich welche. Wer ist denn da? Ja, da unten waren gerade welche. Kiken, wollt der kacken oder so? Wollt schon sagen. Ey, Leute, jetzt komm. Ey, da ist Table Tennis Gamer. Table Tennis Gamer. Wo, 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 wo. Komm, folg mir, folg mir, folg mir. Ja, wo bist denn du? Hier, hinter dir. Ich hab ihn da gesehen. Soll ich jetzt einfach mal hinlaufen? Ja. Ich hab... Ich glaub, ich hab ihn verloren. Ne, ich will mich jetzt nicht von euch trennen, also ich lass es lieber. Wir sind doch bei dir. Wir sind bei dir. Wo seid ihr denn? Hier, hinter dir. Ja, dann komm mal, komm mal hier. Hier in der Nähe ist er, also hier in einem Gebiet, sag ich mal. Also bewacht mich ja mal ganz kurz, dann brate ich hier was. Ja, ich hab auch noch ein Fleischrad bekommen eigentlich. Oder das hast du eingesammelt, ne? Ja, ich hab das da reingepackt. Okay. Ich hab noch Wassereimer, komm, ich geb euch mal... Habt ihr noch weiße Pilze? Ampel hier. Nein, hab ich nicht. Schade. Wassereimer hab ich selber. Ich hab noch TNT. Okay. Nimm dir den anderen Schicken, nimm dir den anderen Schicken da aus dem Null. Aber die Copwebs bringen noch gar nichts. So, ich hab drei Wassereimer und drei Lava-Eimer. Ah, ich muss mal kurz hin. Ey, Bohnenmehl fällt mir grad auf. Nein, 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 nein. No, wow, wow, wow. Ist... Oh, das war jetzt fail. Egal. Ist hier auf irgendeiner Farm noch was drauf? Ah, ah. Äh, Bohnenmehl... Ey, wir könnten selber eine Farm kurz machen. Ähm... Warte mal kurz. Ich muss meine Schuhe mal entscheiden. Doch, hier ist noch was... Eins ist hier noch. Okay, dann... Komm, Ampel. Ich hab aber noch Seeds gehabt, glaub ich. Nein, weil ich muss kurz entscheiden. Boah, es läuft grad richtig gut. Ne, das freut mich voll. Wirklich. Wie viele sind noch dabei? Okay, ein paar mehr, aber... Ja, Mann, ich hab Protection 1 auf die Schuhe. Okay. Also, ich seh keinen mehr oben auf der Karte. Die meisten scheinen unter der Map zu sein. Ja, im schlimmsten Fall können wir auch gleich unterhalb gehen. Also unterhalb der... Wart mal! Ah, ne, okay. Äh, folg mir mal, folg mir mal. Ja, ich nehm den zweiten Lava. Table Gennis, ja, Table Tennis Gamer muss hier ganz in der Nähe sein, Leute. Den, den will ich haben, den will ich heute haben, haben. Ich hab noch keinen gekillt. Nein, ich kipp mir den bitte, der ist für meinen Abschluss, wegen Abo-Special. Nein, wegen Dings, wegen 1000 Abos. Okay. Da ist ne Kuh, was, da ist ne Kuh dahinten, die können wir killen. Darum. Ah, tu die, ähm, ja, okay. Aber, machen, lass mich bitte, weil ich brab noch XP. Oder wie viel XP hast du? Da ist noch ein Chicken. Das ist schweig. So. Äh. Ja, wir wollen das jetzt ja auch nicht verlieren, und deshalb... Ja, ich bin grad auf dem Baum die Kuh suchen. Komm, auf den Strich. Wir haben die Kuh schon. Ja, ich hab hier noch ne Kuh irgendwo. Okay, dann... Ja, ich hab sie, ich hab sie, ich hab die Kuh. Da bist du, Tami. Okay, dann lass uns da mal eben hinrennen. Das ist nicht gerade erschreckt, ne? Ich hab sogar noch ein Spinels, also wir könnten den da reinlocken, den lieben Table Tennis Gamer. Ich hab auch noch 5 Spinnen dazu. Komm, den wieder zum Ofen. Ein Ofen, Ofen. Das wer, das wer, das wer. Wer ist er? Da ist er, da ist er. Okay, komm, alle drauf. Warte, ich bin hinter dir. Warte, warte. Ja! Ha! Tschüss! Table Tennis Gamer, das ist für dich! 1000 Abos Special, also wirklich, also, naja, nicht Abo Special, aber hier halt 1000 Abonnenten und so ein Abschluss, das ist richtig geil. Wirklich. Hauptsache, ihn gekillt. Das ist mein Ziel gewesen. Pick dich, Mann! Ich hab ihn so weit runtergezogen. Ja, ich weiß, was du willst. Ich hab noch nen Helmet Protection. Ah, den hab ich mir grad reingesnackt. Hier ist noch nen Helm, bestimmt. Okay, ich schmeiß, ich, äh, schmeiß mal eben die unnötigen Sachen weg. Ja, ich auch. Boah, mein Puls, ne, Junge. Okay, bewacht mich einer, ich schmeiß eben die Sachen weg. Kann einer zu mir kommen? Hä, wo seid ihr, Leute? Leute! Das ist ein entscheidendes Schwert. Wir sind immer noch da, wo der gestorben ist. Ja. Ach, da, okay. Der hat ne Endwelle gehabt, der hat ne Endwelle gehabt. Ja, bringt doch nichts, oder? Joach, damit können wir eigentlich die Sachen kombinieren, aber... Egal. So, der hat das Essen. Der hat sogar sehr, sehr viel Essen, das ist gut. Ich hatte Steak, was hat denn der? Der hatte drei, äh, gebratene Hühnchen. Ja, dreimal gebratene Hühnchen. Hast du nen Ofen? Und ich hatte... Ja, ich hab nen Ofen. Warte, nicht da reinspringen, da schmeiß ich Schrott rein. Ja, dann pack den Ofen mal. Dann hauen wir uns noch ein bisschen was zu essen. Okay, hier, warte mal, wo bist du denn? Geh mal auf den Baum gucken, ob hier noch irgendwo wer rumläuft. So, ich hab Kohle sogar. Okay. Ich hau ne Steaks rein, schau mal, wir haben voll viel Steaks. Ja, hau ich auch mal was rein. Da vorne ist noch ne Farm, da ist relativ viel drauf. Okay, Essen haben wir jetzt sogar auch viel, das ist gut. Und da vorne ist noch ne Kuh, wenn ihr jetzt, äh, links von euch lauft, also wenn ihr in die Mitte kommt... Ist egal, wir haben genug, wir haben jetzt noch 5 Steaks. Bist du gestorben, Tami? Nein, oder? Ne, ne. Ich bin oben auf dem Baum drauf. Okay. Ich hab sogar noch Redstone und, äh, äh, Dinge. Geh halt. Boah, ich bin so aufgeregt, Leute, das glaubt ihr mir nicht. So, der Rest kannst du haben. Da hab ich 3 Sachen. Ja, okay, ich hab auch noch 3 Chicken. Ja, gib Tami dann noch. Ja, okay, der Rest ist für Tami. Tami, du kriegst auch noch was, ne? Alles, ich krieg was? Okay, alles gut. Ich hab den, ey, nein, ganz ruhig bleiben, okay. Ähm, dann hier Chicken und am besten gleich wieder in die Ecke gehen und kurz... Hat der denn Anvil eingesammelt? Mh, nein. Ja doch, ich hatte ihn, aber ich hab den weggeschmissen. Oh. Oh, jetzt mich ins Loch gefallen. Oh man. Hast du meinen ganzen Schrott? Nö, den hab ich schon davor verbrannt. Ach so, okay, ja dann. Ähm. Also so dumm bin ich auch wieder nicht. Ich hab 4 Diamantschwerter. Das war jetzt... Ich hab... In der ersten Runde, die ich gespielt hab, ich hab ich Team, äh, Table Tennis Gamer getötet. Ja? Die zweite hab ich ihn so weit runter gehauen, dass du nur noch einen Schlag machen musstest. Das nächste Mal killt ihr... Ich will das auch mal einkillen. Ist ja langweilig hier. Das bockt hier gerade richtig, Leute. Du bist irgendwie so voll der Noob, der... Das sind aber nicht mehr viele. Ja, da... Dafür mach ich euch hier alles klar, Mann. Soll ich den Rest eingesammelt. Toll. Ey, ich hab den Anvil. Ey, braucht jemand Essen? Ich hab jetzt Essen. Ich hab den Anvil. Ich hab den Anvil. Braucht jemand Essen? Ich hab den Anvil. Braucht jemand Essen? Ich nehm gerne... Ich nehm Essen immer gerne. Ja. Das sind Belohnen. Ganz ruhig. Ich hab den Anvil. Ich hab... Essen. Es leben noch neun Leute. Was? Das heißt, wir sind ein Drittel von dem, was... Ey, guck mal, das Gute ist hier... Wir sind als Team noch da. Das ist das Gute. Und wenn wir uns jetzt weiterhin so zusammenhalten, dann... Wird das auch noch umlaufen. Dann... Ampel. Was? Antel... Antel, ja. Ampel, komm. Ja, das ist unsere Heimat. Okay. Wo seid ihr? Ich könnte dir noch ein Spinnnetz geben, Ampel. Hinter dir. Hallo, 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 hallo. Ihr seht doch das Ding. Diese Steinsäule, die da hoch gebaut ist, ne? Ampel. Ampel, die spalten uns gerade. Hallo. Wo seid ihr? Warte kurz. Ah, da habt ihr die. Esedari und, äh, David, oder wie der heißt. David Dynamite? Ja, die sitzen da. Und Esedari. Ach, der spielt auch mit dem. Wo seid ihr? Ach, da seid ihr. Diese Steinsäule, die da ist. Lass uns jetzt einfach mal in die Mitte rennen, oder? Jetzt sind wir so... Ja, weil, kann man jetzt eigentlich in der Mitte irgendwas holen, oder so? Die steht auf dem Baum. Die steht auf dem Baum. Die steht auf dem Baum. Die Steinsäule auf dem Baum. Auf jeden Fall haben wir jetzt... Ah, da, ich sehe einen unten in der Mine. Könnt ihr das auch sehen, da unten? Hinten, an der Lava vorbei. Neben der Lava. Geradeaus direkt, wenn wir von der Lava weggehen. Ganz unten sind welche. Ganz unten links. Da oben, da oben. Jo. Jo, die sind richtig schlecht ausgerüstet. Die könnten wir sogar bekommen. Nur, nicht zu nah. Die werden wahrscheinlich einen Lava-Eimer oder sowas da hinpacken. Ja, und wir haben... Ich hab zwei Lava-Eimer. Nein, nicht hoch, nicht hoch. Ampel, das ist ein Trick. Ich bin nicht. Achso, Tami, geh runter. Geh runter, Tami. Wir gehen jetzt runter. Geh runter, Tami. Können schon haben. Wow. Boah. Na, wie gefällt euch das? Sind die runtergegangen? Nein. Ne, noch nicht. Aua, aua, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Die sitzen im Baum, die sitzen im Baum. Ja, ich brenne den in ihr Haus an. So, Lava-like. Ein Feuerzeug. Ja, die sitzen in der Falle. Die sitzen wieder oben, die bauen sich hoch, die bauen sich hoch. Wir können auch, warte mal, ich kann mich auch einmal hochbauen. Machst du nicht? Vielleicht haben die Pfeile, pass auf. Ah ja, stimmt. Ne, haben die nicht, die haben keinen Bogen. Die bauen sich aber auch hoch. Die haben Lava-Eimer. Ja, die drohen uns, pass aufpassen, aufpassen. Ja, der Lava-Eimer kommt runter, Lava-Eimer kommt runter. Der kommt aber nicht anders ran. Okay. Kessedari steht oben drauf, Esedari auch. Ah, nicht Kessedari. Mach mal ne kurze Plattform, Pat. David. Mach mal ne Plattform. Okay, warte ganz kurz. Hä, die sind weg. Hä? Die sind da oben. Ne, die sind da oben. Ich hab kein Stuff mehr zum Bauen. Ja, hätten wir mal nen Bogen, dann könnten wir die runter. Hier, warte, hier, hier, hier. Ja, wir haben keine Pfeile. Ampel, Ampel, Ampel. Was so? Ey, wir können... Nein, 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 Ampel, das ist zu riskant. Besonders an Lava noch. Komm zurück. Wir haben keinen Bogen. Komm hier hinten, komm hier hinten hin. Ihr könnt dich trotzdem runterhauen. Der hat ne Enderperle, der Drecksack. Richtig. Ich hab 14 Enderperlen. Soll ich einfach mal hoch? 14, 14, dann gib mir auch eine, dann gib mir eine ab. Gib uns irgendwie drei ab. Wo seid ihr denn, wo seid ihr, wo seid ihr? Ich baue euch grad den Weg hoch. Warte, ich werf dir grad nicht runter. Geh mal weg, Tami, geh mal kurz weg. Geh mal ein Stück zurück. Geh mal ein Stück zurück. Danke. Hier, komm her, komm. 1, 2, 3, für dich. Okay, ähm... Lass erst auf den Baum springen. Lass uns erst mal ne Plattform bauen. Danach können wir das nochmal machen. Komm her, hier. So, ähm... Ist nicht David Dynamite, oder? Ne, ist ein anderer David. Ähm... Leute, das ist zu nah an der Lava. Das ist zu riskant. Wenn wir runterfliegen, sterben wir bestimmt wegen der Lava. Ich würd das lieber lassen. Wir sollten am besten hier so ein bisschen weiter gehen und jetzt die Plattform bauen. Denkt ihr nicht, dass wir ein bisschen sinnvoller, Ampel, Kevin? Ja. Okay, die bauen da gerade irgendwas. Ich vermute mal, die wollen... Pass auf, die springen gleich mit der Enderperle, oder so. Wetten? Das ist nur ne Fra... Ja. Ich glaub schon. Lass uns einfach abhauen. Oder lass uns einmal in die Mitte gehen und gucken, wie die drauf reagieren. Das ist jetzt am günstig. Das sind andere Bau. Genau. Kommt doch runter. Ach, ich hab meinen Bogen weggeschmissen. Oh, den Bogen... Ah, den hab ich auch weggeworfen. Sorry. Tamin, bau dich mal hoch. Komm, warte mal. Wir machen jetzt so ne Taktik, wir machen uns so ne kleine, sag ich mal, so ne Schussbarriere und dann können wir da eigentlich hin. Lass Team machen. Nein, ey, komm verarschen, geht hier nicht. Das ist scheiße, weil wenn wir runtergeboxt werden, wird das mitten in die Lava sein und dann... Dann sind wir jetzt runter. Brauchst die Lava einfach weg, warte. Ist so, hatte ich grad vor. Warte, Tami, ich mach schon. Nicht zu nah dran, nicht zu nah dran. Brauch nur ein Block drüber setzen, Mann. Okay, okay, okay. Kommst du nicht dagegen, weil das so den Baum schon weggebrannt hat? Ja doch, ich hab da drüben nämlich ein Block. Die sind schlecht. Ich vermute allein schon, weil die Campen sind die schlecht. Die Ambo rennt auf dem Baum. Warte, 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 warte. Ich mach einfach einen Wassereimer, oder? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ey, die schlagen nicht weg. Pass auf, pass auf, pass auf. Warte, ich mach schon. Jetzt hab ich grad vorne einen Wassereimer noch da drüber. Pass auf. Ja, ich pass schon auf, Mann. Wir können da jetzt... Warte. Ah, fuck. Siehste, das meinte ich. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Okay, dann sind wir zwei. Ich sterbe doch nicht. Pass auf, pass auf, ich bin jetzt ganz unten. Okay, regenerier dich erstmal. Ich seh, ich seh irgendwen. Wow. Hier kommt Jumbo. Jumbo LP. Wo, unten? Unten ist der Herr. Sollen wir den dann nicht killen? Sollen wir den nicht killen? Ja, lass uns den lieber killen. Der kommt zu mir. Ich bin nach links gerannt. Ey, komm. Ampel, Ampel. Ampel. Ampel da. Lass mal in den Teich springen. Wer baut sich da hoch? Jumbo. Ja. Der hat Bill auf dem. Brennt ihm das Ding einfach ab. Ja. Yolo. Da ist jemand auf dem Baum. Da ist jemand auf dem Baum nebenan. Auf dem Baum. Oh, boah. Ach, das ist Kalken. Okay. Der schwebt da rum. Oh, Alter. Schock uns nicht. Ich bin hier total auf dem Weg gerade. Wo ist denn der nochmal? Na, ich hasse das. Warum müssen die sich hier nach oben bauen? Das ist so nubig. Hat jemand von euch noch Blöcke? Ja. 20. Hat er noch mehr? Weißt du, weißt du was? Ich kraft... Oh, ich poppe kein Holz. Mist, ey. Komm her, wir kraften uns kurz eine Axt. Lass uns mal Dings. Ich komme mal zu dir wieder nach oben, ne? Okay. Oh, noch ein Holz. So. Okay, so. Oh, Pet. Läuft mir hier voll rein. In meinem Vergnügen. So, warte. Ich baue mir den Weg zu denen und jetzt schauen wir mal. Ähm. Okay, der Bug-User ist hier gestorben. Lass uns mal auch eine Plattform bauen, ne? Und dann lass uns... So, Petty, Petty. Ja. Hier ist der Holz. Äh, ne, Pickel, äh, ne Stein. Äh, ne. Ja. Axt für Holz. Okay. Dann können wir einmal den Baum runtergraben und dann wieder hoch. Okay. Dann wäre vielleicht von Torteil. Ja, ja, klar. Aber, ähm, jetzt nun die Frage, wir dürfen die gar nicht abbauen lassen. Abbauen lassen, Mann ey. Ja, dann bleibst du da. Und Tami, wo bist du? Warte mal, lass uns mal kurz gucken, wie die reagieren. Komm zu uns hoch, komm zu uns hoch, bitte. Unterwegs. Ist der Typ jetzt eigentlich gestorben? Ja, er ist runtergefahren. Baue du mal am besten bisschen Holz ab. Ich weiß gar nicht, was die ja gerade so vorhaben. Ja, deswegen, äh, Tami, du bleibst hier bei ihm und ich, äh, schlange mich zu dem anderen Baum da hinten hin und bau da bisschen Holz ab. Komm ich denn da hoch? Äh. Die Frage ist ja, weil ich könnte mich theoretisch hoch porten, aber... Könnten wir alle machen. Genau, das könnten wir alle machen, nur die Plattform ist ein wenig zu klein. Wenn die wenigsten ne Decke hätten, dann wären wir sicher. Dann wären wir sicher, wirklich. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Äh, man kann's gucken. Vibration, no. Genau. Ich muss weg damit, ey. Handy. Mach deinen Vibrator aus, ja. Machst mich verstanden. So, jetzt. Komm nicht hoch. Schauen wir mal ganz kurz, ähm. Okay, ich hab glaub ich gleich genug Holz. Ja, okay, dann gib mal gleich auch ein bisschen Block, äh, ein paar Blöcke ab am besten. Ja, die machen wir alle zu, ähm, verarbeiten. Ja klar, aber trotzdem. Die kommen, die kommen. Wer kommt? Runter damit. Schlag dir runter, schlag dir runter, schlag dir runter. Da kill den. Ja, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Ja, Mann. Und der andere ist unten. Schaffst du den? Hey, hier ist eine runtergefallen. Ja, ich weiß. Das ist mein Wandswort. Ach, ist er gestorben? Ist er gestorben? Ist er gestorben? Ist er gestorben? Der Sedari ist auch tot. Der Sedari ist auch tot. Ja, Mann. Okay, läuft's richtig gut. Ich hab ein bisschen viel Kabel, ne, also. Ach, Mann, ey, was kann ich... YOLA! Was kann ich denn hier noch wegschmeißen, ist die Frage. Goldene Äpfel. Ich will ne andere Pickaxe haben. Hey, ich will ne andere Pickaxe. Ich hab nen Bogen für dich, Tami. Ey, wer hat die Pickaxe? Tami gib meinen Pickaxe gegen Bogen. Okay, komm' her, da Yolo. Haiyolo hast du... Können die Pickaxe haben? Pickaxe! Sport! Hövi! Was? Sport? Oka, 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 oka! Oka, 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 oka! sudah mal hoch! O, megnet noch nicht! He, es geht gar nicht. Passiert was mit mir? Hätt's, in Ordnung euer, ah. Ah, die schlagen uns gleich tot. ah ich bin tot ich bin auch tot blöd alter das war scheiße, das war richtig scheiße ich konnte die ganze Zeit weder schreiben noch mich irgendwo hin porten ey, das war jetzt total die verarsche weil ich konnte keinen Lava-Eimer setzen ja, weil's halt Dingens war boah nee ey egal, wir haben zweiten Platz ja, zweiten Platz, weil das ein Team war haben wir echt? ja zeigt er jetzt noch die Plätze nö man, ich konnte keinen Lava-Eimer setzen hätten wir, oder wäre es möglich, einen Lava-Eimer zu setzen dann hätten wir gewonnen man, Mist ey ja, scheiß drauf auf jeden Fall zweiten Platz, was soll's ja, okay, immerhin Table-Tender-Gamer-Gang-Kill-Watt-Watt acht Teams und wir haben am Ende noch zu dritt überlegt ja, weil ich Idiot mich natürlich mit Table-Tennis-Gamer anlegen müsste ey, das ist so, oh, nee egal aber war ein schönes Ründchen ja, war eine schöne Runde auf jeden Fall und ich würd sagen, an dieser Runde verabschieden wir uns auch, oder? ja und jedenfalls bedanke ich mich an alle nochmal, dass sie zugeschaut haben und schaut doch mal bei den anderen vorbei ihre Kanäle sind selbstverständlich in der Videobeschreibung und ja wollt ihr noch was sagen? ja, ich würd sagen, Leute, danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal, euer Ampel haut da rein, euer Crafting Pat und ciao 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 ciao